Hi, ich bin Kai Todarko. Wie geht's euch, ihr eigensinnigen Sünder? Heute spielen wir Naked Döner. Ja, wer hat Bock jetzt mal auf den Döner? Ich hab jetzt mal wieder Bock drauf und deswegen... This job offer came quite suddenly, working as a Naked Döner shopworker. Döner, döner. Okay. It sounds strange, but I was looking for a job and that's when it came up. The owner said that the previous employee had suddenly quit and disappeared. They needed someone in a hurry, so I took the job. I thought working here must be easy. After all, how hard can it be? Take orders, prepare the Döner, so I'll close the day. But still, the sudden disappearance of the previous employee makes me think. I don't know what's going on here, but it looks like it's going to be a long night. Oh, das freut mich. Tag, erst der Tag. Okay. Ja, was? Okay, hi. Hallo, good luck. Oh, danke. Uh, I have a Döner and a Coke. Uh, no problemo. Sekunde. Wie funktioniert dat? Äh, Becher? Äh, okay. Äh, Coke. Coke! Ist das Coke? Ist dat Coke? Keine Ahnung, er ist einfach reingeboren. Äh, äh. Also, lit. Ist ein Coffee! Nein, ich sch- Ich muss es genau richtig hinstellen, kann das sein? Ach, äh, fick dich. Das fängt geil an, oder mit's? Das fängt schon wieder geil. So, kann man- Warum hast du nen Kaffee? Er hat Cola gesagt! Okay, kein Problem. Ah. Ich hab Lavasch, keine Sorge, es dreht sich jetzt. Keine Sorge, ich hab Lavasch, ja? Also, alles gut. Ja, beim Fleisch? Aha, wobei muss ich rechts-click? 소ож? Ist es rechts-click? Ja, ne? Ich glaub schon. Sag mal, ich copeis auf. Ah, Tomatooo! Er, die Spaß von Aufruf. So hier, mit dem Messer? Oh, ich bin gut, oder? Guck mal. Äh, einmal... Oh, für den Abend. Wer will denn um Döner um 3 Uhr morgens? Oh, das habe ich gut gemacht, oder? Findest du nicht, dass ich das gut gemacht habe? Okay, das passt, oder? Wie macht man das jetzt? Ähm. If you want something different, say so, say themselves and appeal. Okay, das habe ich, habe ich, habe ich. So, Dö, äh, hier. Close Escape. Ich brauche noch Ketchup und... Was ist das? Mayonnaise? Wirklich Mayonnaise? Oder muss ich das... Äh... Ich habe kein Plan, wie das funktioniert, nur zu sagen. Bis beide Tasten gedrückt hatten? Ich bin verwirrt. Scheiße! Pinkelnett, die Mayonnaise raus! Der ist aber geduldig. Also ich würde zugegeben, das war echt geduldig. Ich verstehe, das ist das Game nicht. Bin ich zu blöd dafür gerade? Okay, das ist merkwürdig. Also... Lavaasch. Einfach gegen klatschen. Das passt schon. Ich kapiere nicht, wie ich den mache. Okay. Lavaasch plus... Äh... Fleisch plus Tomate plus... Äh, hier Dings. Okay. Gut. Kein Problem. So, Lavaasch plus... Plus... Fleisch... Plus... Tomate... Plus... Hier, Eisbergsalat. So, perfekt, oder? Und jetzt... Wie fusioniere ich das zusammen? Muss ich das jetzt hier schneiden, oder was? Wo gebe ich das rein? Ich habe keinen Plan, wie ich das reingebe. Warte kurz. Ja, okay. Ein Moment. Ja. War ich das, oder warst du das? Achso, ich glaube, die Cola ist hier drin, oder? Achso. Hier, falls sie warten. Falls sie warten müssen, ist es tut mir leid. Äh... Normal, Döner, Cola. Ich habe keinen Plan, wie man den Döner macht. Verlanz! Ich glaube, die Messer sollten mir reichen für heute, oder? Chef, ich habe ein Problem mit der Mayonnaise. Die Mayonnaise macht nicht, was ich will. Was passiert hier? Was soll ich machen? Ich verstehe das Game nicht. Ich verstehe das Game nicht. Nein, nicht unterm Döner. Auf dem Döner. Ich klicke alles durch. Was ist mit der Mayonnaise-Flasche? Nein, die Mayonnaise-Flasche hat ein Eigenleben. Oh mein Gott. Ach, man, leck mich doch. So. Aufhörne, so, rauf da. Geht nicht. Es prallt ab. Es prallt ab. Ich schwöre, ich habe keinen Plan, wie es funktioniert. Ich starte mal kurz neu, ja? Kann ich das irgendwie neu starten? Geht Spaß. So. Okay, äh. Hi, du bist mir noch anders? Was möchte... Hello, good luck. Dankeschön. I have a Döner and a Coke. Okay, Cola steht schon hier. Eins, zwei, wupp. Okay. Scheinbar muss ich, wenn ich das alles zusammengeworfen habe... Es ist perfekt. Es ist perfekt. Es geht nicht besser, glaube ich. Es geht heute nicht mehr besser, glaube ich. Also, kein Scheiß. Es geht heute nicht mehr... Wenn ich das alles zusammengeworfen habe, dann muss ich wohl scheinbar, finde ich übrigens cool, dass ich das so machen kann, auf dieses Teil hier drücken. Ja, kein Witz, das ist wohl scheinbar der Hintergrund. Und dann mache ich das. Und dann haben wir einen Döner. Jetzt brauchen wir noch Mayonnaise und Ketchup, oder? Steht zumindest auf dem Rezept drauf. Das... Warum drehen sich beide um? Was zum F ist mit diesem Verfluchten? Ja, bitteschön. Okay, einmal Döner und hier. Ja, hier. Nimm. Hier, einmal deins. Nein, du hast es fein gelassen, du dumme Sau. Du, warum nimmst du das nicht? Ich muss jetzt nicht nochmal machen, oder? Warte. Ich werde nicht Mitarbeiter des Monats. Kein Witz. Achso, das akzeptiert er nicht, weil ich... Die Soße will er wohl scheinbar nicht. Äh, Fleisch. Das, worum es geht eigentlich beim Döner. Oh, come on! Ich klicke drauf. Ich klicke drauf, es passiert nichts. Aber, passiert nichts. Muss es... Ist es nicht richtig drauf? Ah, jetzt. Oh, danke. Äh, hier essen oder mitnehmen. Dankeschön. So, hier. So, hier, bitte. Einmal Döner, einmal Cola. Beides da. Yibi-Yu-Rae. Mit Karte oder Bar. Muss ich da irgendwas draufdrücken hier noch? Hier ist dein scheiß Döner. Hier ist deine scheiß Cola. Jetzt nimm das und geh. Muss ich doch irgendwas anderes nehmen? Äh. Was war das? Was hier hat Pling gemacht? Warum nimmst du deine Döner nicht? Du willst doch einen Döner, hieß es. Hier ist dein Döner. Hier riecht's da Cola. Ist übrigens schon die zweite, weil du den anderen nicht genommen hast, den Kram. Kann ich die Bestellung irgendwo abschließen? Irgendwo. Das sieht nicht so aus, oder? Ich kann mich nicht ducken. Ich kann... nichts machen. Guck mal nicht rausgehen. Ketchup kann ich nicht nehmen. Chips! Chips! Magst du Chips haben? Ach, sag mir nicht, ich muss es da reingeben. Also in die... Nein. Okay. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich versteh's nicht. Ich muss ihn nicht echt damit bewerfen, oder? Tatsächlich. Thanks, keep the change. Oh, danke. Sehr liebenswürdig. Dankeschön! Ah, jetzt bin ich im Fluss. Jetzt hab ich Ahnung. Jetzt weiß ich Bescheid. Ha, sehr gut. Okay. Brauchen wir neue Mayonnaise oder Ketchup? Weil ich hab, glaube ich, ein bisschen was verballert, oder? Ja, ein bisschen was verballert. Oh, hi. Mann, war's so schnell. Good evening. I could use a coffee. It's gonna be a long night. Nur Kaffee? Ja, no problemo. Immer doch. So, einmal Bägerchen. Einmal Bägerchen. Und einmal ein Lid. Ein Deckelchen. Und dann einmal Spass. I hope your coffee will warm me up a bit. Ja, sicher. Dankeschön. Was ist das für Geld? Ich hab keine Ahnung. Huck, du, du. Hey, da ist die Konkurrenz. Burger Pits. Diese Säcke von Burger Pits. Oh Gott, warst du schnell da. Ach, du Scheiße. Good night. Can I have three beers? I had an argument with someone outside. He made me very angry. Anyway, maybe I just need a beer. Beer, 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 soda, beer. Eins, zwei, drei. Thank you. Ja, kein Problem. Keine Ahnung, welche Währung das ist. Ah, was sieht türkisch aus. Keine Ahnung. Du, 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 du. Diese Wahnsinnigen bei Burger Pits. Die haben nicht nachts offen, so wie, wie... Oh, hi. Good night. Ja, good night. It's a bit of a walk in this neighborhood at night. Peaceful, isn't it? Everyone is asleep, but people like you are awake. Äh, was möchten sie bestellen? Maybe this is when the true face of the world comes out. Anyway, I can have a donut kebab without lettuce and mayonnaise. Okay. Äh, Döner or... Döner, 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 Döner. Dö, Döner, Döner, Döner. Mit... Was? Ohne... Okay, mit Ketchup. Mit de Ketchup. Schuuuut. Ich bin so gut. Ich bin so verdammt gut. Without lettuce... Okay, ohne den Salat. Combine recipes. Und jetzt den Ketchup. Ketchup. Füll rein, dat ding. Schwing. You, brr, this is a major, a better return. But for some reasons, he suddenly stopped working here. Even though he worked so hard to get the job here. Anyway, good night. Was in drei Töpfels nahm, war das gerade für ein Sprach? Ja. Schrei mal den Platz auf, bis jemand wiederkommt, würde ich sagen, oder? Schrei mal den Platz hier bisschen auf. Muss ich die wieder nachstacken? Ich... Oh, hi. Da hatten wir dich schon nicht. Hello, can I get two chips and co... Two Cokes. Two chips, two Cokes. Oh. Um... Bitteschön. Ah, Chips, Chips, Chips. Chips, Chips, Chips. Bitteschön. Und Coca-Cola. Coca-Cola. Nein, das ist die River-Cola von Aldi. Thanks, Chips and Coke while watching a movie at this time. It's going very well. Good luck. Ja, danke. Viel Spaß beim Film gucken. Okay, gibt es hier irgendwo ein Lager oder so was? Cola, Mayonnaise, Lutus. Oh, davon brauche ich wieder welche. Ich nehme mal einen. Ich kann nicht. Ich habe kurz zu tun. Hä? Wie bescheuert. Ich brauche einen Lavasch übrigens. So ist keine Zeit. Wo bimmelt hier ein Wecker? Nein! Nein, er klebt in den... Ach so, mein Schiff ist zu Ende. Ach so, ich bin schon fertig. Warum stock ich denn nach? Hi, full Döner and a soda. I can take it. Ein full Döner? Ach so, da ist Ketchup und Mayonnaise dabei. Ach so, okay. Ich dachte gerade, hä... Hörst du auf damit? Ich schwöre. Jetzt bitte. Ich schwöre. Mensch, in dem Dönerladen zu arbeiten ist schwerer als ich dachte. Döner mit allem drum und dran. Schupp. Jo, geht mal. Okay, da brauche ich noch hier ein bisschen Fleisch. Ich hoffe, Kalbsfleisch ist es. Sehr ganz dufte. Combine Recipes. Combine Recipes! Combine Recipes! Ich klicke da drauf wie ein Psycho, ganz ehrlich. Ich klicke da drauf wie ein Psychopath, aber nichts passiert. Es ist schon wieder kaputt. Nein, nur auf da rein zu klippen. Bitte geh nicht in die Backrooms, ich schwöre. Okay, geht doch. Doch, hätte ich. Ich hätte noch langsamer sein können. Glaub mir mal, mein Freund. Okay. Na gut, die Leute beschweren sich. Hat's geknatscht. Oh Gott. Hallo, ich will nur ein Bier. Last time, good luck. Das ist red. Was meint ihr mit red? Ich stelle dich mal wieder rein. Ich meine aber nicht die Cola, oder? Nein, kann das sein. Kann das sein. Dann stelle ich wieder dorthin. Schön ruhig heute. Sehr wenig los. Na ja. Na ja. Warte, warte, hallo? Oh Gott! Kein Ding. Let's me know, kurz. Yesterday, a few blocks away, I shot a man with a beer bottle. They killed him. You heard about that? Was? Bitte, was? Warum hast du dich umgedreht? Warum hast du dich umgedreht? Warum hat sich mein Player ein voller Döder? Okay, gerne. Ich konzentriere mich lieber auf den Döder. Das ist sinnvoller, glaube ich, oder? Oh Gott, hat mich das gerade verjagt. Ich schwöre. Nur voll... Achso, eine Cola will auch noch. Okay. Oh ja. Ah. Das war uncool. Ich schwöre, das war richtig uncool. Plötzlich, plötzlich BÄM, Alter. Reiner voll Mayonnaise. Du brauchst nur nicht rumplätschern. Ich brauch dich nur noch gar nicht. Na? 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 Okay. Ich bin sehr unkomfortabel, zu Hause am Abend. Anyway, danke. Oh, kein Problem. Oh, meine Ketchupflasche. Ich... Ich muss mich wohl mit der Ketchupflasche verteidigen, oder? Die ist ziemlich gefährlich. Ja. Du schon wieder? Ja. Du schon wieder? Gruß. Okay, danke. Ich brauch die Cola... Nur wenn der Fall der Pferdefallschiff wieder irgendwas auftaucht. Ja. Der Schatten ist geil. Guck dir den Schatten an. Keine Sorge. Ich hab alles im Griff. Chef, ich hab alles im Griff. Mann, die sind so schnell. Warum sind die so schnell? Das ist wieder kein... Können wir keine Kaffee. Mit Ketchup? Oh. Okay, äh... Scheiße, der, der, der... Der... Die Ketchupflasche pinkelt gerade den... Die Kasse an. Leider. So, jetzt alle, die... Döner... Haben... Wollen... Können hier hingehen. Das ist die strange News on the radio this morning. Somewhere in the city... A strange sound was recorded. People don't know what it is. But everyone is scared. I shudder when I think about it. Warum erzählt ihr mir sowas? Anyway, good luck. I won't keep you. Schön. Danke fürs Geld. Ketchup. Ketchup! Oh, da war was. Das ist nur ein Wagen. Das ist nur ein Auto. Okay. Cool. Ah, cool. Ich bin fertig mit der Shift. Yay! Ketchupflasche! Oh, wow. Hi. Du hast ein schönes Lächeln, du hörst. Hi, full donut with a... With a... I'll have three beers. With a... I'll have three beers? Okay. Und ein Problem. Okay, einmal das Ding hier. Einmal das Fleisch. Ich bin ja schon Profi darin. Kerzen gerade, bitte stellen. So, einmal... Schupp. Oh, das ist... Alles easy hier. Alles easy. Aber ich habe mich gerade erschreckt. Da war gerade ein Ton. Das war aber meine Waschmaschine. Witzigerweise. Ich sage gerade, das ist schon wieder im Game gewesen oder sowas. Jupp. So, einmal das. Ah, Ketchup reich. Ketchup. Ketchup. Schwing. Drei Bier wollte sie haben. Oder eher. Keine Ahnung. Ich kann es bei den Models nicht so gut erkennen, to be honest. Wenn ich ganz ehrlich sein. Heute war ein wirklich langer Tag. Hey. Something seemed to be getting harder. Oh, well. Ich hoffe, ich kann ein bisschen relaxen mit diesen Bierern. Das kann ich denen hier sagen. Mayonnaise! Mayonnaise! Ich sollte den Kühlschrank zumachen. Mayonnaise. Mayonnaise rotiert. Ah, diese Mayonnaise. Ich finde die toll. Ja. Warte, Entschuldigung. Mensch, Gordon Freeman. Ich habe einen Kaffee, zwei Chips und ein paar Beeren. Okay. Kaffee. Kann ich machen. Pokerzahn. Chips. Chips. Zwei Chips. Zwei Bier. Ah. Ich komme auf diese Mayonnaise nicht klar. Kriege ich das eigentlich jetzt erst mit? Warum sind Chips im Kühlschrank? Warum checke ich das jetzt erst? Chips im Kühlschrank? Wer ist denn so pervers? Thank you. No problemo. Alles gut. Chips im Kühlschrank. Der muss ja hochgradig pervers sein, der sowas macht. Das wird mir nicht im Traum einfallen, dass ich Chips in den Kühlschrank gebe. Biddledledledledledledle. Was war das? Hä? Was ist gerade passiert? Hello, good luck. I'll have a donut and a Coke. Normaler Döner? Okay. Coke kannst du schon mal haben. Die gebe ich dir. Mein lieber Freund. Was war das gerade? Ich bin verwirrt. Und hör jetzt mal auf, du blöde Mayonesentube hier. Jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Es ist... Es war doch nie so wunderschön. Es war noch nie so wunderschön. Ich schwöre. Noch nie so wunderschön. Okay, du bist wirklich... Die Flaschen sind definitiv... Ups. Sorry, es ist mein dritter Tag. Ich lasse das öftere mal Fleisch fallen, wenn ich meinen ersten Tag... äh, meinen dritten Tag habe. Kann jedem passieren, oder? Und da fliegt der Döner. Thanks. Keep the change. Dankeschön. Das sind mir die Liebsten, die einfach keine Scheiße labern, sondern einfach nur machen die. Einfach nur... Keine Ahnung. Nehmen und gehen. Das sind die mir die Liebsten. Aber ich habe auch Messer, stimmt. Ich habe Messer. Ich kann mich jetzt einigen mit Dönermesser. Warum auch nicht? Das passt gut. Einfach draufhauen. Da kommt schon was. Ah ja. Kann ich zwei Sodas haben? Kannst du bestimmt? Also warum solltest du das nicht können? Ich habe gerade einen Mann auf der Entrance des Geschäfts gesehen. Es gab mir ein bisschen chill. Anyway, guter Glück. Danke. Soll ich die Polizei rufen? Das klingt eher nach einem Job für die Polizei und nicht für... Oh, hier? Da bin ich nicht paranoid. Kann ich da raus... Luken irgendwie? Ja. Ja. Entschuldigung. Ah, I have a Döner and a coffee. Okay. But no lettuce and ketchup and mayonnaise will be great. Okay. Cool. Kein Problem. Machen wir ihm erstmal ein Käffchen. So. Ah, was war das jetzt? Ein Döner mit... Ketchup und Mayonnaise, aber ohne... Ohne Dings. Hier. Ohne... Äh, hier. Salat. Genau. Jetzt bitte ich den ein. Salat! Ah, da, 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 da. Ketchup, Mayonnaise, Kaffee. Okay, Kaffee. Ich hab den Deckelchen. Bitte schön. Hier. Schmalker Kaffee. Okay. Kann ich das jetzt... Perfektion. Perfektion. Besser geht's nicht. Perfektion. Bitte schön. Well, look back. Perfektion. Ohnein. Chef? Die, die, der Strom ist ausgefallen. Chef? Ich kann keine Bestellungen mehr aufnehmen, weil der Strom ausgefallen ist. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich kann leider... Oh! Messer, Messer, Messer. 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 Messer, Messer, Messer. Messer. Oh, Gott! Äußerst cheesy. Das war wieder äußerst cheesy, diese Jumps Game. Das war wieder fantastisch. Tolles Spiel. Mike Döner. Warte, war gut, muss ich sagen, war nicht schlecht. War ganz gut. Ich fand die Idee ganz ulkig dahinter. Hinter dem Döner-Shop, wo Leute verschwinden. Ich fand die Idee gut. Muss ich sagen, es hat mir gefallen, es hat Spaß gemacht. Daumen und Link zu dem Game in der Videobeschreibung. War toll. Danke. In diesem Sinne sage ich, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich finde den schönen Tag, hau rein, bis zum nächsten Mal. Ich sage ne, auf Wiedersehen. So, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.